Wir haben eine Jaina, wir haben eine Silvan, dass das auch alle Seiten, die viel Schaden ausrichten können und die natürlich immer die Fotos werden können. Und dann haben wir auch hier Lilly. Ja, richtig. Ziemlich cool eigentlich, oder? Die ist wirklich süß, aber die waren auch richtig krass, wir probieren und einfach mal heilen. Ja, das ist ziemlich gut, vor allem wählen wir auf einmal, wenn sie noch ein bisschen erreicht haben. Richtig, richtig nice. Und dann haben wir jetzt noch auf der blauen Seite in der Sido, also den Hexenkonflikt. Wir haben drei, eventuell schon. Und wir haben natürlich auch ganz gut oder ganz richtig dicker Kämpfer. Und jetzt geht's schon los. Ja, nein, schon los. Wir werden jetzt ein richtig, richtig gutes Match sehen. Einfach noch mal ganz gut ein Applaus für beide Team sehen. Damit sie sich richtig angreifen, die wir hier einfach machen. Genau, die Spieler von Chris Toro erklären wir ganz kurz über die Band für die Leute, die vielleicht mal bis zu viel Hero in Form gespielt haben. Ihr seht es hier, es gibt drei sogenannte Lanes, auf denen werden sich die Gegner gehält und treffen. Und natürlich auch die Minion, also die Diener, die vom Computer gespielt werden. Ja. Und dann seht ihr hier zwei Augen auf der Minion, das ist einer. Hier ein Rollstau und hier unten ist auch einer. Und die bieten so ein bisschen Sicht an. Sie sehen das noch in einem Kreis, in einem Kreis oben, seht ihr dann genau, was da passiert. Und ihr müsst einfach unterstehen bleiben, dann wird ja übermorgen für euer Team. Und die sind natürlich ganz kurz einfach um den Gegner so ein bisschen besser beobachten. Ja, die sind übrigens auch immer sehr interessant auf dem Kreis oben. Wenn dann alle erstmal inrennen, um diesen Punkt einzunehmen, um quasi zu sehen, was macht der Gegner. Das ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Ziel für die ganzen Spieler. Das ist auch immer der Liste. Ja, gehen wir ein bisschen weiter auf die sogenannte Konzile auf dem Kreis. Die sind natürlich auch die Söldnerlager. Mercenaries auf Englisch. Und ihr seht ihr hier, die werden mal auftauchen. Und ihr seht ihr da auf den Eifel aus dem Minion. Und das sind letztendlich neutrale Monster, die ihr besiegen könnt. Und sobald ihr sie besiegt habt, schließen sie sich auch ganz normal an. Sie sagen, wir wollen nicht mehr, wir finden die noch nicht mehr. Und ich würde ganz kurz sagen, dass wir auf der blauen Seite einfach haben wir das deutsche Team. Um es einfach nochmal kurz zu sagen für euch. Das heißt, wir sehen jetzt hier in der Mitte gerade auch den Fischkopf, der auf dem Kälter ist. Ein bisschen angegangen wird von der Lili. Und auf der rechten Seite in Roos haben wir das europäische Team. Die übrigens zu zweit, gerade in der Mitte war die Jaina. Wir spielen durch das Vortech. Ein bisschen Unterstützung bekommen von der Lili. Richtig. Und ein weiteres wichtiges Feature, das wir hier auf dem Stoffer haben, ist es so, dass auch alles richtig ist, die Erfahrung. Und dann gucken wir hier auch noch schnell die Zahl an. Und die zwei beiden anderen. Die fliegen wieder. Hier war ich ein Team von vorausgegangen. Das sind auch nicht. Und es gibt keine einzelnen Erfahrungen auf den anderen, die gleich mal zählen. Sondern das ganze Team-Level miteinander auch. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, auf allen Enden, wo es schön gemacht wird. Das ist schön, wie er war von Piraten. Also der Pirat hier in seinem E-Bow ist der Held. Den kennt ihr wahrscheinlich auch aus der A-Bow. Der hat die Möglichkeit, quasi in seiner Sondi-Wall, seiner Zombie-Wand, die Gegner drin festzuhalten. Das werden wir bestimmt im Laufe des Spiels des Öfteren sehen. Und da kann man eigentlich ganz gut antworten, dass jeder Held seine eigenen Fähigkeiten hat. Und abgeschützt im Level, wie wir euch auch immer gleich sagen können, wenn wir hier im Laufe des Spiels weitergehen haben. Gibt es Talente, die da ruhig nochmal die Möglichkeit haben, euren Helden anders auszureden? Das heißt, die haben zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, der soll noch mal ein bisschen mehr unterstützen, empfehlen, benutzen die, wie ich sage, in seinem X oder Y-Bow oder wie gesagt, überleicht euch mehr auf Schaden gehen. Ganz genau. Das ist wirklich ein tolles Fächer in dem Spiel. Ich glaube, wir helfen, wie wir wollen. All die Helden haben wirklich mehrere Möglichkeiten. Also wir werden aggressiv leben, ein bisschen mehr auf Sporen oder auch generell an der Ability. Also lassen sie euch bewegen, auch schneller. Und das war ganz knapp, hatte ich auch, der auch ohne Lane, der Pirat, wo da angegangen ist. Und vielleicht den Kill nicht holen, der vorne ist jetzt noch gerade zurück, wo er noch gleich wieder von der Linken zurückgekommen ist. Aber über ihren Schäden eher runter. Und die gibt es auch, die verstehen Lane-Sakente. Jetzt machen wir mal wieder hin, um ein bisschen was zu schlürfen und mal einen Weg zu um sich zu regenerieren. So ist es. Also ihr müsst nicht jedes Mal so mit den Lane gehen, weil ihr seht die Lane-Sakenteile vorne. Ja, aber das ist ja kein Team, aber deswegen müsst ihr wirklich reisen können. Wann ihr genau den Ernehmens weglässt. Und die erlaubt euch einfach, so ein bisschen länger auf der Länge zu bleiben, länger in der Klasse zu bleiben, und so auf dem Flug oder Lager zu anfangen, was die Leute auch wirklich gar nicht anders machen. Und ihr müsst immer mehr in den Team noch bleiben. Wenn ihr da auch zu weit wegbewegt, dann kriegt ihr dann eine Sauber-Tribüne. Und jetzt geht's los mit dem ersten Tribü. Das ist quasi die Eigenschaft dieser Karte. Ihr müsst mit eurem Team insgesamt drei Tribüte einsammeln. Und dann habt ihr den Flug gegen das gegnerische Team. Dann greifen die Gebäude nicht mehr an. Und die Minis haben nur noch einen Hip-Point. Das heißt, sie kippen so schnell um. Und jetzt ist es wichtig. Es gibt immer diese Fights, die im Kämpfer an jetzt gehen. Und wir sehen gerade, der Fischkopf zieht durch. Dann muss er halt nicht zurück. Dann kommt Hurra hin. Ein Fired-Track. Schön rufen. Schau. Okay, das geht voll zu platt. Jawohl. Dann wird er mal richtig feiern. Also voll zu platt. Heißt natürlich, dass das rote Team in dem Fall war es, dass das Team Deutschland in den ersten Kürgel landet hat. Aber wir gucken mal jetzt schon ein bisschen auf die Erfahrungen. Es hat sich nicht so wirklich ausgewirkt. Denn je früher hier quasi auf dem Spiel seit, desto weniger Erfahrungen geben die Gegnern, desto mehr solltet ihr euch auf die Back-Objects, auf die Ziele in dem Fall jetzt zwischen den Rote konzentrieren. Und wenn wir mal ganz oben gucken, da sehen wir den Rosator mit Sinendo. Und die werden gerade auch Haare angegangen. Wir haben Jaina, gespielt durch Vatek. Und oh, guckt euch den Schaden an. Es geht echt gut zusammen. Jaina ist wirklich auch eine Assassin, die unglaublich viel Schaden in sehr guter Zeit ausrund kann. Und da muss man echt noch achten, dass man dort nicht im Blizzard steht, wie wir es jetzt gerade eben ganz kurz gesehen haben. Und der nächste Tribute zu Spawns in 10 Sekunden. Ganz genau. Ihr seht es hier nur ein kleines Icon auf der Mini-Wette. In Form eines kleinen Totenpops. Das zeigt ja gerne, wo der nächste Tribute quasi erscheinen wird. Und ja, wie ihr seht hier auch schon im weiten Team, ja manchmal das Sicherbegeben, sie sich in die Nähe. Vorher natürlich den Gegnern hier sich einfach das Feld frei überlassen. Aber wir haben eine Besonderheit gerade, weil diese muss ein Teamfighter jetzt wahrscheinlich gleich geht. Und wir haben nämlich mal jetzt mit dem europäischen Team den Assum dann ja auch zurückgelegt. Und trotzdem machen sie guten Schaden oben. Da kommt er mal schön vom Kälter. Zum Fischloch hat er eben gerade die Gegner hochgewirbelt. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Und der Illidan geht rauf. Und vielleicht kriegen sie gleich noch den Kälter. Illidan wird es schon sehr schön. Wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen Boden zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, Jungs aus Deutschland werden sie verlangt nur ein bisschen absetzter. Sieht man halt gegen sieben. Und sieben ist natürlich auch, wie so viele andere Talente, wo es nur neue Talente gibt. Und es ist ja schon schön, dass da auch den Regal nur den kann natürlich als kleiner Kraftwerk mit seinem Hammer um sich werfen, um die Gegner zu spannen. Und dann kommt er mal hin an. Er hat nie gespielt von Forest Brains. Ja. Der kann so richtig tief gut durchrücken, würde ich sagen. Auch der auf der untere Läge ist. Die Stärke von außen waren. Der spielt sich wirklich anders als andere Helden, denn er kann hier viele Diener, viele Emotionen machen. Einiges hat er noch vorher hier quasi ändern können. Die Stärke von außen waren. Ich glaube, es wurden zwei Leute geschickt. Erstmal, die Stärke von außen ist ja nichts mehr. Auf der oberen Läge, wenn die Minderung vom deutschen Team, der da noch ganz knapp weggekommen ist. Das sind immer die Momente, wo man ja wirklich ernsthaft kriegt. Da bin ich noch raus, bitte. Absolut gut. Also ihr seht auch hier schon den Lüft. Da steht der Bike hier. Ja. Das ist natürlich auch so was. Da gibt es richtig schicke Skins, richtig sexy Skins teilweise auch. Ja. Und eben so ein Acker auf der Auge. Und ja, motivieren dann so ein bisschen das letzte aus dem Helden raus. Ja, man sieht es ja auch, die Leute, die schon der Helden, die kennen es auch gar nicht selber. Besonders oft spielen. Weil ihr euch einfach fliegt, dann holt ihr euch vielleicht den einen Spiel und den anderen Spiel. Einfach mal gesagt, das ist der Helden, mit dem ich so viel Zeit verbringe, da möchte ich einfach nochmal eine feste Optik anders aussehen und mich abheben von den anderen Spielern. Das finde ich besonders toll. Und jetzt ist auch schon zum nächsten Team weit das deutsche Team von links nach rechts. Sie sind gerade irgendwie sich zurück. Und es sieht gerade nicht gut aus, denn sie müssen jetzt viel versuchen, den Tribute einzutacken. und sie haben es aber leider nicht geschafft. Das europäische Team hat jetzt schon zwei Stacks und die Niederhandlung gibt sie noch. Das europäische Team logisiert richtig gut. In der roten Farbe, ihr seht es schon neuner als oder acht. Und Level 10 ist schon kurz vor der Haustür. Und Level 10 ist natürlich so ganz entscheidend der Moment hier im Spiel im Storm. Denn ihr wisst, ab Level 10 gibt es die sogenannten Ultimates, also die Heldenfähigkeiten. Und die sind natürlich immer eine ganze Schrange. Stärker und wirken sich noch viel mehr auf den Spiel aus. Dann kann man länger als wenn man ein flechtiges Wasser letztendlich sterben. Oder, ähm, schälen. Oder aber, wenn man sich nur postetieren. Genau. Und hier gegen Slowbro festhält. Und, wichtig. Wir können uns vielleicht mal ganz kurz auf der nächsten Seite diese mal anders angucken. Ja, ihr seht eine sehr starke Massive-Tägigkeit was. Ähm, denn sie macht gerade den Tit-Camp. Also sie, 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 sie Und... Oh, ein Lassbettchen! Wow! Ich hab den gegenquartierenden Leiter und er musste quasi in das Gras weisen. Alle Team, wo wir jetzt löschen, und ist er wieder zurück ins Geschehen von Kanada. Ja, aber wir haben jetzt die Curls. Wir haben jetzt die Curls für das europäische Team. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gut ab. Die bräuchten gerade richtig gut ab. Aber ich würde mich hier die Leute von meiner Rechnung kennen, wer jetzt vielleicht schon mal ein bisschen was auspackt haben, und das wäre die wahrscheinlich ganz neu ein. Wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt neue Leute drücken. Den Gokoi an. Wir sind hier verflogen, und wir sind hier verflogen. und wir sind hier alle auf einem Land, und wir sind hier auf dem Land. Und jetzt wird der Laufgabe gegangen. Und ich denke, dass wir dieses Volk hier leider auch gehen. Denn, es wird jetzt die Bissensbüte unter Unterzahl, sie haben eine, eine, keine, die verhältnissen. Bis dann auch die Bissensbüte wieder von der Reihe und dann den Aufgabe zu ziehen. Und das sieht klar aus. Jetzt geht's gleich noch mal. Ein Volk hier da raufgehen gegen den U-Ball. Und die Idee, die da alles dran hat. Und macht guten Schaden, guck euch hier vor, die Lande. Ja, schon. Der wird vom Weg. Also da haben wir in der Rennstunde entschieden, nicht in der Herd zu gehen. Und die Hände auch wurde geholt von Hannover. Dank. Sehr schön gemacht. Schön gemacht. Schön. Ich hab's fast vor der Erste verstanden. Und das war so ein Last-Second-Gelück quasi in der Küche gemacht. Wir haben jetzt in der Mittlere, wo kommt der Topf mit der Hand, da sind die Massen unterwegs, guck mal an der Haustür an. Und die Gebäude ist erst jetzt wieder, denn der Torf ist gerade eben erst wieder verschoben. Und jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, weil es bietet sich mal gerne an, die Kämpfe zu machen. Ich meine, wir sehen jetzt gerade das deutsche Team, wir sind mit zwei Level zurück. Damit haben wir auch auf der Seite des Großteams mit Level 13 ein neues Talent, wie es auch am Level 4 und am Level 7 der Fall ist. Womit sie noch mal einen Vorteil haben. Deswegen ist es jetzt besonders wichtig, die Krämpfe zu machen, dort Erfahrungen unterzunehmen, um quasi aufzuschließen, um dann wieder eine Chance, zunächst ins Liefer zu haben. Wir sehen hier auch schon Fischkopf, die Kälte. Wasser. Okay. Machen Sie die Belage auf, Sie müssen hier ein bisschen gespannt sein. Ja, wir sehen aber auf der anderen Seite gerade, dass die Loden machen, den Boss auf dieser Merkruppe. Es gibt zwei, und zwar auf jeder Seite eine. Und wir sehen gerade, dass sich hier nicht auf die Kälte befindet. Das war unser Verbrauch. Das heißt, wir werden gleich mit der stärkste Monster, den stärksten, den wir sozusagen auf der Karte haben. Und Sie werden ihn dann auf der Toplane erstmal durchprüfen. Genau. Die Lienen der Europäischen Wälder sind schon auf der Welt. Auch die Wälder sind schon auf der Welt. Aber wir machen ja auch für den Mächten, die richten natürlich einige von Schaden. Es wäre mir leidiger der Kälte. Die Kälte. Ich hab's jetzt ein riesiges, dreckiges Monster, den wir sie früher und später an der blauen Maße verantropfen, und sein Wälder beteiligt an den Okerschaften mit Gewalt. Aber Sie haben jetzt und mal kennengelernt. Also das heißt, Sie haben jetzt das kennengelernt, dass Sie da noch mal ein bisschen hinschuldrücken können. Sie müssen sich nochmal auf den Kälte Und wir sehen es gleich, jetzt runter ganz gut ruhig, dass es keine Munition mehr in den Jungs zeigt. Wir müssen erst mal ein bisschen warten, ob die Munition nachmachen können. Und es sieht gerade auf der Top 10 nicht ganz gut aus. Ja, also die deutschen Jungs, die laufen hier schon bei, und haben hier die Flüge zu brennen. Vielleicht sehen wir den Schönfighter, vielleicht sehen wir den Schönfighter, kommt auf jemandem vor die Welt. Und jetzt Jayda, da war ein guter Schaden. Bivo ist erst umgekippt, aber guckt euch an, dieser Bivo wollte es mit, die Jayda geht um. Ja, wir haben natürlich trotzdem hier noch ein bisschen Zeit gekauft für ihr Team. Denn der Golem-Bus wurde natürlich bezüglich der Maße noch ein bisschen, hier geht das an das Kino. Wenn das hier fällt, dann hat das die Folge, dass man ab und vor auf den Kunden denkt, hier für das Kino-Team hat dann Güte an dem Staat. Die sind stärker als normalen Diener und kriegt auch richtig so ein bisschen Aurenschaden eigentlich. Das heißt natürlich, dass auch ein Zuseherdruck hier für die Deutschen. Aber, nee, die haben es geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Und sie müssen sich jetzt auch wieder Richtung Tribut bewegen. Sie sehen ganz unten rechts, dass das Deutsche Team gerade einen Slack, also einen Tribut, bereits eingesammelt hat. Aber sie machen vielleicht sogar was... Nee, die müssen wir sozusagen. Die gehen gar nicht zum Tribut ganz. Machen einfach den Brot, um dann nochmal wieder Anlagen zu machen. Ziemlich smart, denn ich halte hier auf jeden Fall. Auf blau-Team. Die sagen sich, Leute, wir sind noch ein bisschen nach 30.15. Das heißt, wir sollten sagen, wir sind noch ein bisschen gekämpft. Das heißt, wir machen hier einfach mal ein bisschen was. Aber ganz klar, er hat nur die Getreide und dann können sie den Boss nicht überlegen. Das ist ganz, ganz klar. Nur den Token wird Elidan. Auch wenn seine Leute mit auch. Das ist ganz klar. Die haben dann Oberlin ist auch sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und die Lili rennt um ihr Leben. Vielleicht schafft sie es sogar. Leitere Zanderklass. Oh, sie wird so gewonnen. Sehr schön, Elidan kann nochmal ranstehen. Wundermeister. Und guckt euch an der Astroler. Astroler hat das an. Das ist ein Fusschuh. Fusschuh, Fusschuh, Fusschuh. Schaut das an. Wir laufen wieder. Wir haben sogar noch Leute mit dabei. Und Astroler kann immer wieder für vorhin mitgehen kommen. Das ist eine seiner Fähigkeiten. Er kann Konstantin aus vorne. Und er kann die Beteiligungsstunde nicht gut aus. Das ist Kiefer. Das ist das Vorfeld. Und es ist wieder Triebungszeit. 1 zu 1, was das anbelangt. Das heißt, wir sind noch nicht in der Punktleppe waren, wie er eine Wandel tut. Und nicht, dass du glaubst, wie wir hier sind. Ja, ich halte das an. Ich stehe den Kunden an. Damit fällt auch das Triebungsvorrag für 8.500 Punkte. Und damit haben wir die Reichtung mit 16. Jetzt fühlt ihr mal knapp. Mal gucken wir das an. Nachdem das roten Team hier noch ein bisschen vorne lag. Die 2. Er beführt. Haben die deutschen Jungs hier oben. Noch mal knappe Erfüllte. Nur aber. Apologen riechen ab. Vielleicht holen sie es so genau. Die Sonnenliebe. Sehr schön gemacht. Wunderbar. Nach der Zeit. Ich meine, wir können jetzt Richtung Tribut gehen. Und wir haben den 2. Die 2. Die 2. Die 2. Die 2. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Und wenn ihr eins seht, hier die Lübsflot, dann sehen wir die 2. Immer Action ist. Immer Trelle. Immer Kämpfe. Neun zu elf. Es ist hier wirklich ausgeglichen. Man nimmt sich jetzt vor der Grenze. Auch die Wünsche. Und ja, der Pirat. Auch in der Zielgekehrt. Und das ist ziemlich sinnvoll. Wenn ihr seht, wie geht das denn gerade nicht in der Nähe. Dann kümmern wir euch einfach auf das nächstliegende Ziel. Auch vielleicht ein bisschen hier so wohl versuchst. Also das glaubt sich erst mal so lange. Der macht für mich einen aktuellen unglaublich guten Job. Ich meine, wenn du mit dieser Sofie-Wall drin bist, was willst du machen? Ich meine, da kommt dir noch mal schöner Schaden von einem westlichen Tier. Das ist quasi eine Ansage, die wir uns sehr, sehr schwer nehmen. Die Frage, wenn du mit Jada bist, wenn du mit Jada bist, die keine Mobility haben, die kein Telefon haben, kein Sprint, das ist natürlich wirklich fatal. Und wenn du mit den Sofies fallen lässt. Ja, und jetzt könnte jetzt von der Sofie-Team hier wirklich entscheiden werden. Denn es könnte der dritte Tribut werden. Und das hätte uns wieder auf diese Folge, dass der nächste Crew an den Start geht. Ja, und das wäre natürlich richtig gut. Sie entscheiden sich jetzt gerade erst mal in der Mitte zu bleiben. Und ja, wir hatten schon den Crew gut eingesagt. Das heißt, sie entscheiden sich jetzt dafür nicht unterzugeben, sondern wollen ja nochmal in der Mitte noch ein bisschen die Gebäude zu schaffen. Bleiben wir noch ein bisschen am Busch. Ich sage jetzt Leute, wir haben aber schon noch einen nächsten Tribut. Wir haben uns egal, wie sie leben, wie sie haben gestartet. Und wir gucken auch in der Kirche, weil ich glaube, der Rundschluss hat nur noch eine Sache hier gelb. Das heißt, wir haben nur die Kuhlisch. Der Rundschluss hat gewonnen. Der Rundschluss hat die Sopie-Brawl, hat auch die von den Jada drin. Da oben ist Rundschluss, der Rundschluss hat die Kuba die Hand. Der springt einfach rein, über den Einer nach dem Anderlau. Und das ist richtig gut, wie wir gerade sehen. Der Rundschluss hat jetzt drei Spieler gehabt, fast gleichzeitig verloren. Und wir können natürlich jetzt nicht nur unter diesen Umständen und sich erst mal nicht um den letzten Bescheidungsführer kümmern. Und der wird somit wohl alles um lokalische Ziel fallen. Das heißt, das wird der Bescheidungsführer gleich wieder zacken. Und dann haben sie eben für eine Minute und fünf Sekunden. Dafür müssen sie jetzt was anfangen. Das heißt, wenn ihr den Flug habt gegen das gegen das Team, dann macht was raus. Wir kümmern euch um den Kuhlisch. Vielleicht durchgehst du dann auch ein, zwei Lanes gleichzeitig, indem ihr einfach zwei Leute in der Mitte, drei nach oben schickt. Einfach was mit der Zeit anfangen, weil es ist relativ häufig, dass es eben nicht was wird. Genau, wir sehen hier auch schon, dass es drauf geht. Auf der BiniMap zieht mich nachher. Bleibt eine Ruhe, die muss sich ein bisschen erholen. Und der kleine Zweck entsteht auch hier auch mal mit dem Kuhlisch. Und ich kann gar nicht mehr mit dem Kuhlchen, dass er einfach ein Kuhl ausgebaut wird. Ja, jetzt, ihr seht schon, das Modleteam ist noch nicht so am Puschen. Die könnten sich jetzt einen der Kuhlisch vielleicht auch holen. Doch, das Blau-Team, ja. Das Blau-Team ist nämlich mit Verteidigung beschäftigt. Und genau zum Top-Lang auf der Bordlane, dadurch, dass die Gebäude deaktiviert sind, wird natürlich auch deutlich eingerückt. Was ist das Kuhlisch? Das Blau-Team ist ein Kuhlisch. Vorallin ist derjenige, der vorne steht, der die Schellen auspackt. Wunderbar gemacht hat. Und dann vor allem, da aufgelenkt. Einfach nur geliebt, wenn du es einfach mal gesehen hast. Und ein wesentlicher Faktor hier. Und ein wesentlicher Faktor hier. Und dann ist das Level 20, das ist ein Kuhlisch. Ja, das ist ein Kuhlisch. Ähnlich wie Level 10 hat dann richtig, richtig krass ein Kuhlisch auf das Spiel geschehen. Denn da gibt es die sogenannten Sturm-Kalente. Leute, da könnt ihr nochmal richtig, richtig, richtig noch mehr helfen können. Und wir sehen gerade einen wunderbaren Rutsch. Wir haben noch ein Kuhlisch für das Kuhlisch. Um Level 20 zu werden, um vielleicht noch ein Kuhlisch zu schaffen. Wir haben es ja schon gesehen. Wir haben es ja schon gesehen. Wir haben es schon nachdem. Wir haben es auch schon nachdem. Es ist immer ein Kuhlisch. Ja, es kann immer noch alles machen. Und so lange gehen wir jetzt in Klaas. Wir haben schon supergeile Menschen gesehen. Ich habe es bei wirklichen Kuhlisch gesehen. Es scheint sich zu los. General. Das ist ein Kuhlisch. 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 Das ist ein Kuhlisch.